Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Hi Leute und herzlich willkommen bei TISI Schuhwäsch. Ja Leute herzlichen Dank für 8.000 Abonnenten. Einfach richtig geil. Und deswegen haben wir heute mal so ein kleines Special raus. Und wir haben deswegen hier unseren treuesten Abonnent dabei, den Niklas. Und wir haben uns gedacht... Lord Bentner. Lord Bentner, genau. Wir haben uns gedacht, wir machen ein Spiel, eins gegen eins, ja gesagt, zwei gegen eins. Ich und Timo spielen zusammen, also TISI Schuhwäsch gegen Niklas. Bentner. Niklas Bentner, genau. Der Verlierer muss, also der Verlierer kriegt von uns dann, oder er, dreht dann am Rad der Hölle und kriegt dann eine... Bestrafung. Bestrafung. Ich würde sagen, wir starten direkt los. Und auf jeden Fall, was jetzt Timo uns wieder vergessen hat, Leute. Vielen, 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 vielen Dank wirklich für 8.000 Abonnenten. Seit wann knapp jetzt? Elf Monate, zwölf Monate? Ja, knapp ein Jahr. Und wir waren ja erst einmal, wenn wir unsere Zeit rausziehen, wo wir im Tief waren, dann sind es vielleicht gerade mal acht Monate. Also schon geil. Für alle, die immer bei uns geblieben sind und wirklich auch immer die Videos kommentieren und uns hier richtig fördern und so, wirklich vielen, vielen Dank dafür. Dafür hauen wir heute ein 8K Special Match raus. Und wenn alles gut läuft, machen wir vielleicht sogar noch ein Take Opening heute. Weil Niklas Bender hat anscheinend ziemlich viel Glück. Ja. Bei uns läuft es ja, wie ihr wisst, nicht so wirklich. Weil Niklas Bender hat schon eiskalt... Wen hast du gezogen? Iro, Lewandowski, Iniesta, Jens Rodriguez. Bei dem läuft es ja, wie der junge Mann läuft. Was nehmen wir für ein Team? Ich würde sagen, er hat als erstes mal, und sein Gast hat natürlich hier als erstes die Wahlen. Ich brauche kurz seinen Stick hier. Leute, Shishat ist auch am Start. Wir haben hier den Twisted Social Smoke. Da kommen in Zukunft auch wieder Reviews. Hier haben wir jetzt schon, wie oft angekündigt, den Prodator Eisapfel. Und ich würde sagen, Niklas, hast du dein Team? Ja, ich nehme Dortmund. Dein Ernst? Ja. Okay. Ist dir das bewusst, was das Start der Hölle bedeutet? Ja, ja. Das heißt nicht umsonst so, oder? Das nehmen wir. Direkt Real oder Wasser, was ist los? Ja. Real, oder? So. Sag immer mal nicht lang rum. Gehen wir direkt raus. Oh, der vergleicht noch die Werte. Der sucht noch, der sucht noch. Niklas Bender vergleicht. Stimmt, hätte ich eigentlich Wolfsburg nehmen müssen, Mann. Nein. Nein. Kostet noch mal. Irgendwann später. Vielleicht schon jemand deswegen immer, ne? Ja. Aber lass dir Zeit, der Akku hier blank von der Kamera. Ja. 2.000 Jahre später. Ich schick nochmal kurz meine E-Mails. Ich würde noch ein bisschen mehr nach links fahren. Es geht hier auch um was und dann sehen wir uns gleich im Spiel. So. Und er nimmt noch einen tiefen Zug an seiner Scheicher. So Leute, da geht's gleich los. Oh, Trainer aus. Trainer aus. Ich bin rot, Timo ist blau. Los geht die Partie. So. Komm, ich geh hier gleich an. Machen wir gleich Druck. Okay, lass. Schön. Komm, schön. Hier, Christiano, komm, bring den hier rein. Oh, jawoll, Junge. Da fuddelt er direkt wieder zu viel. Schön gelaufene. Benzema jetzt in der Pux. Schön, Trackpad. Ah, ich mal. Trackpad. Trackpad. Oh, ich muss er bringen. Oh, du weißt du hin. Du weißt du hin. Boah, was dein Ding, Alter! Wie. Boah, was du hier? Boah, was dein Ding! Boah, was dein Ding in der Perse? Freunde, da muss ich was, was hast du nicht gelassen. Werde schlecht. Warte mal. Da muss erst ein Lot kommen... Da muss erst ein Lot kommen. Das muss wieder an den Kopf geschossen. Deswegen jubelt er! Scheiße, ich dachte, ich hätte ihn direkt reingeballert, aber so war er denn doch gar nicht so schön. Boah, schön. Hat ein Problem. Hat er auch stark von Beuschen. Niklas zieht auf. Ein guter 1 hier. Niklas lässt sich hoch. Zu viel, zu viel. Allein den Kopf, äh, Simon. Oh, hier. Der sucht sein Aube. Mit Benzema habe ich mich noch nie so angefreundet. Oh, was ist das Ball? Oh, wer drückt denn sich da so durch? Wer war denn das? Eigentlich raus. Oh, fuck. Komm da durch, Junge, mach was! Schön! Fuss, du, Fuss! Niklas, kennt ihr den Roll schon? Ja, ja. Aber was, was ein Film hat, Niklas, oder? Da wollen wir nicht drüber sprechen. Nee, das ist dann einfach Quatsch. Schönes Ding, aber die hohen Bälle und raus. Bail. Boah, schön vom Bail. Schön, immer noch Bail hoch. Tor Bail hoch! Setz dich hier durch! Doppeln, Aube doppeln. Achtung. Okay, jetzt. Boah, schön gespielt. Boah! Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt sind Niklas eine Chance, mangelst nicht, ne? Aber an der Verwertung? Abschluss, Abschluss. Aber nicht so weit, klasse Stürmer von der Triff. Boah, mit Ballannahme, ey. Die verspringte Ball da, das gibt's doch gar nicht. Komm Marcelo, Junge! So, Lef. Schön. Es ist jetzt erst Halbzeit. Doppelpause. 2 zu 0 Führung. Das ist schon mal ein kleines Polster, das ist das Thiesi Schuberch eigentlich gar nicht gewohnt. Und so was? Meistens liegen wir hinten. Oh, schön, Junge. Machst du gleich. Oder brauchst du noch ein bisschen. Schön, Elfer. Ja. Das ist so schwach. Eine typische Aktion. Aber was auch schwach ist, ist dieses Drecks-Power-Dribbling. Das ist echt zum Kotzen, wirklich. Achtung! Okay. Niklas! 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 Ich hab's wieder rutschen in deinem Bein. Ich hab's jetzt geschafft. Oh Gott! Angezählt, Töme hier. Niklas, nur wieder platt. Okay, jetzt noch mal kurz, ich breche wieder auf. Räglicher Jube. Räglicher Jube. Ja, aber ich muss noch mal kurz, weil ich bin auch noch kurz stolz. Ja, aber Leute, ganz ehrlich, das ist auch dieses Power-Tribbling. Du kannst in dem Moment, wo man vorbeizieht, nichts mehr machen. Wirklich, es ist furchtbar. Drückst du kreisende Felder. Genau, ja. Man muss manchmal gar nichts drücken. Ja. So, ein paar Sachen sind wirklich im Fieber. Oh, oh, oh. 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 Und dann, oh, oh, oh. Falsch in dem Mann. Schön, hier auf dem Auge, auf jeden Fall. Und das ist Power-Tribbling. Das war's Power-Tribbling. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Ja, Niklas, die Xbox ist halt ein anderes Level. Das ist anspruchsvoller. Bei der Xbox muss man Ziele, bei der Playstation war das noch alles von allein. Nein. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht normal. Was hat dir den Spielern gegeben? Ein bisschen Gras vorher. Jetzt ruhig. Was ist denn eigentlich? Was ist denn? Ja, halt. Ich stelle dich auf sehr offensiv und dann passiert nichts. Oh, Alter, ist er durchgetan. Ey. Reverse Elastico, Leute. Können wir uns mal kurz hier nochmal angucken. Proletz. Zack. Und dann macht er eigentlich den Trickshot eigentlich? Nein, der setzt ihn an, aber... Das ist dein Niveau. Oh, jetzt aber. Und da! Ehretreffer, Niklas. Verdient. Verdient. Ja, wirklich. Er jubelt doch, ob ich hier kurz im Tor... Verhalten eine kurze... Ja, genau. Ehrentreffer hier. Weiß. Hätte eigentlich schon einen machen müssen. Und Leute, da ist das Spiel fertig. Wir gewinnen das Spiel 4 zu 1, Leute. Und das bedeutet für Niklas... Äh, was bedeutet das nochmal? Ich hab's vergessen. Wer hat die Ehre zu drehen? Du, hab ich die Ehre, Leute? Dann dreh ich mal hier. Wo wird es stehen bleiben? Bleibt bei der Nerfgang stehen, Niklas. Oh, Kacke. Du hast ja nicht gesagt, Niklas... Das ist ein Risch, ne? Ja. So, okay. Aber ich will den Mund zulassen, weil meiner im Hals steckt, ist alle gesund. Sind wir da? Wir sind on air. Schuss 1. Merkt man schon, ne? Schuss 2. Er war dran fehlten. Ich muss nachladen. Schuss 2, Niklas. Ich wünsche viel Glück. Oh. So, ich hab der letzte Schuss. Was machst du, echt? Die Strafe muss sein, ne? Entschuldigung. Seine Ehrenschuldigung. Oh, du Scheiße! Scheiße! So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Niklas hat zumindest so einen Streifschuss mal ins Gesicht bekommen. Okay, der Erste hat schon gut gehofft. Ja Leute, also ich würde sagen, wir sind draußen. Das nächste Video gibt's wieder ein Pack-Opening, Leute. Vielen, vielen Dank für alles. Haut rein, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.